Hallo, ich bin Andreas und ich stelle euch heute die HBiBTV Operator App Plattform vor. Seit 2011 gibt es dank HBiBTV die Möglichkeit, linearen Fernsehempfang mit nicht linearen Inhalten eines Broadcasters kombiniert zu nutzen. Grundlage ist ein offener Standard, bei dem der Zugriff unabhängig vom Hersteller immer über die rote Taste erfolgt. Nur so kann jeder TV- oder Radiosender seine Inhalte, zum Beispiel Mediatheken, sicher auf allen Wiedergabegeräten darstellen. Ohne dass Unterschiede in den Betriebssystemen der verschiedenen Anbieter oder Geräteserien eine Rolle spielen. Panasonic hat im Jahr 2019 diesen Gedanken aufgegriffen und etablierte die HBiBTV Operator App Plattform in seinen TV-Geräten. Damit haben auch Medienanbieter, die keine Broadcaster, also keine TV-Anstalten sind, die Möglichkeit, ihre Inhalte entsprechend dem eigenen Geschäftsmodell komfortabel und flexibel darzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps handelt es sich dabei um einen Industriestandard, der eine langfristige Funktion sichert. Mit der HD Plus GmbH wurde schnell ein erster Partner gefunden und wir zeigen euch heute die Einrichtung und Nutzung der HD Plus Operator App. Doch bevor wir die Komfortmerkmale von HD Plus kennenlernen, lasst uns zuerst über die Voraussetzungen für die Nutzung der HD Plus Operator App sprechen. Als erstes muss ein Satellitenanschluss vorhanden sein. Zweitens muss der Suchlauf für Deutschland erfolgen. Und zu guter Letzt muss ein freier Internetanschluss mit einer Downloadbandbreite von mindestens 4 Megabit pro Sekunde permanent verfügbar sein. Dann starten wir jetzt mit der Installation. Nach dem Einschalten wählen wir zuerst die Sprache Deutsch und dann das Land Deutschland. Als Betrachtungsmodus wählen wir Zuhause aus. Im nächsten Schritt verbindet ihr euren Fernseher mit dem Internet per Kabel oder WLAN. Hat das geklappt, sind schon zwei der drei Voraussetzungen erfüllt. Die dritte kommt hinzu, wenn jetzt der Satellitenscan erfolgt. Da wir HD Plus nutzen wollen, wählen wir den HD Plus Suchlauf aus. Zudem spart es Zeit, da eine für HD Plus geeignete Senderliste schon nach etwa zwei Minuten bereitsteht. Im nächsten Schritt bietet uns das Gerät an, die HD Plus Operator App zu laden. Hier unterbrechen wir, um sicherzustellen, dass das TV-Gerät eine aktuelle Software hat. Dazu wählen wir an dieser Stelle Exit und stimmen im nächsten Schritt den Panasonic Datenschutzbestimmungen zu. Danach ist der Fernseher betriebsbereit. Um den aktuellen Stand der Software zu überprüfen, wählen wir im Menü den Punkt Netzwerk und danach Software Update. Liegt eine neuere Version vor, aktualisiert ihr an dieser Stelle bitte. Ist die Software auf dem aktuellen Stand, installieren wir die HD Plus Operator App. Dazu drücken wir die Home-Taste, gehen dann auf das HD Plus Symbol und finden hier das Angebot der HD Plus GmbH. Dies bestätigen wir mit OK. Nun wird die Installation der HD Plus Operator App angeboten. Dies bestätigen wir mit OK. Nun ist die Installation abgeschlossen und wir erhalten noch einen Hinweis, dass bestimmte Tasten der Fernbedienung eine spezifische Funktion erhalten. Dies bestätigen wir und im nächsten Schritt können wir nun den HD Plus Service aktivieren. Jetzt ist die Aktivierung von HD Plus abgeschlossen und ihr könnt diesen Service sechs Monate kostenlos nutzen. Okay, dann schauen wir uns doch die Highlights der HD Plus Operator App einmal an. Zuerst ist da der HD Plus Programm Guide. Dieser ermöglicht es nicht nur wie herkömmliche Guides eine Programmvorschau zu zeigen, sondern bietet auch einen Blick in die Vergangenheit und das sogar bis zu sieben Tage. Schauen wir uns den Guide einmal genauer an, dann fällt uns auf, dass bei einigen Sendungen ein besonderes Symbol zu sehen ist. Wählt ihr eine dieser Sendungen aus, dann findet ihr in der Auswahl die Möglichkeit, diese Sendungen neu zu starten. Der Clou ist nämlich, dass zu allen Sendungen im Guide, die mit diesem Symbol versehen sind, eine Verlinkung in die Mediatheken der Sender vorliegt. Bei Auswahl von Neustart wird die Sendung dann direkt aus dieser Mediathek abgespielt. Dieser Vorteil gilt nicht nur für Sendungen, die bereits gelaufen sind, sondern auch für gerade laufende Sendungen, die so von Anfang an geschaut werden können. Und dann ist da noch die komfortable Suchfunktion, die es euch ermöglicht, nach verschiedensten Suchkriterien auf alle Inhalte zuzugreifen. Die Suchergebnisse umfassen sowohl Inhalte aus dem linearen Fernsehen als auch aus den Mediatheken. Wir probieren das hier gleich mal aus und suchen nach allem, was mit Musik zu tun hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der komfortablen Nutzung eures Panasonic Fernsehers.